Hallo Leute, wir sind die Accident Crew. Immer noch in Liverpool. Wir beantworten gleich Fragen, die uns gestellt werden von einer mysteriösen Person. Okay, erste Frage. Lieber Zombie-Apokalypse oder Alien-Invasion? Zombie-Apokalypse. Warum? Ich hab Bock drauf. Ich glaub Aliens würden uns voll auseinander nehmen. Wenn deine Mutter und deine Freundin Körper tauschen würden, hättest du lieber Sex mit deiner Freundin im Körper deiner Mutter oder mit deiner Mutter im Körper deiner Freundin? Und ich hab was mit Alien und Zombie-Übster, Alter. Ja, definitiv... Fuck. Kannst du beides nicht. Aber eins muss man ja nehmen. Würdest du gerne deine Ma bangen? Nein, ich nehm dann lieber den Körper meiner Mutter mit deiner Freundin drin. Weil meine Mom dann... Nee. Würdest du lieber ein Leben in Mittelerde bevorzugen oder eins in Hogwarts? Mittelerde, ganz klar. Hallo Herr der Menge. Würdet ihr lieber weiterhin in selber Menge Geld von YouTube bekommen, aber keine Videos mehr machen dürfen, egal auf welcher Plattform oder kein Geld mehr durch die Videos bekommen und dafür ganz normal weiter Videos machen. Ist das jetzt eine Frage an uns beide? Da wird noch kein Geld mehr Videos bekommen. Machen wir mal Videos ohne Geld weiter. Genau. Wir machen alles so wie es bleibt gerade weiter. Würdest du lieber mit Frodo schlafen oder mit Gimli? Frodo die kleine Schlappe. Würdest du lieber ein Pokémon oder ein Zombie Baby besitzen wollen? Boah ein Pokémon Baby auf jeden Fall. Auf jeden Fall hätte ich gern gern. Welches Pokémon wäre es? Oh. Früher fand ich immer Evoli cool. Weil du konntest Evoli dann Feuer, Wasser oder Blitzstein geben. Stimmt schon, Evoli ja. Würdest du lieber mit Dumbledore und Angela Merkel oder mit Putin und Gandalf? Ja, Putin und Gandalf. Ja? Also Gandalf von Putin. Putin und Gandalf. Okay. Der Herr der Russen. Und Daniel, wenn ihr miteinander schlafen müsstet, wärst du dann der aktive oder der passive Part? Ich würde mich mit Daniel abwechseln. Ich würde mich mit Daniel abwechseln. Hashtag Nohomo. Was wärst du lieber? Was wärst du lieber? Batman oder die heißeste Frau auf der ganzen Welt? Die heißeste Frau auf der ganzen Welt. Steve! 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 Lieber ein Leben ohne Musik oder ein Leben ohne Genitalien. Okay. Und noch was? Er nimmt ohne Genitalien. Kann das sein? Und ein Panda, der Gedanken beeinflussen kann und sich teleportieren kann. Ich hätte immer so einen kleinen Panda vor dir so. Und dann steht der Panda vor dir auf einmal ziehst dich aus. Daniel. Ah. Würdest du lieber mit dem Gesicht in Scheiße fallen? Oder mit deiner Ex wieder zusammenkommen? Boah. Nimm das mit dem Gesicht und die Scheiße. Oh Gott. Die bricht leicht. Ich glaube, ich würde lieber mit dem Gesicht in Scheiße fallen. Ist auch nicht so schlimm. Kann man ja waschen, ne? Ja. 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 Wenn es eingesteckt ist, ne? Läuft wieder. Ja. Da steckt gerade die Lampe drin. Was hast du? Filmst du? Ja. Mal spielen. Eber mit einer richtig alten Frau. Oder einem jungen, attraktiven Mann. Shit. Nicht? Also junger, attraktiver Mann. Nee, du. Okay. So Leute. Das war unser, wie hieß das? Würdest du? Ja. Ja. Oder auch nicht. Ja. Video. Und. Da fackst du mich wieder so ab, ne? Dann fackst du mich wieder so ab, ne? Ja. Ich frage mich wieder so ab, ne? Ich frage mich. Immer so ab, ne? Für mich bin ich übrigens. Ich bauche mich wieder so ab, ne? Ich bin. Bis zum nächsten Mal.